So, hallo und herzlich willkommen heute am Schreibtisch. War eigentlich nicht geplant, aber kurze Aufklärung zum Klimawandel scheint notwendig zu sein. Und da widmen wir uns jetzt heute der Frage bzw. der häufigen Aussage, die man immer mal wieder lesen kann. Früher war die CO2-Konzentration viel höher als heute und der Welt ging es gut. Also muss die Tatsache, dass die CO2-Konzentration jetzt ansteigt, ja gut sein. Ein schöner, logischer Schluss, der total Sinn ergibt. Weil, ja, wenn es früher schon mal so war, dann muss es ja gut gewesen sein oder so ähnlich. Ich weiß es nicht genau, aber das ist jedenfalls eine Aussage, die bestimmt jeder von uns schon mal irgendwo im Internet gelesen hat. Die wird auch regelmäßig gecopy-pasted und dann wieder halt irgendwo drunter geschrieben. Mal mehr, mal weniger ausführlich ausformuliert. Ein Beispiel habe ich jetzt gerade mal für euch. Ja, der Survival-Bert möchte, dass ich ihm erkläre folgendes Zitat. Im Laufe des Devon von 420 bis 360 Millionen Jahren entstanden die ersten großen zusammenhängenden Waldflächen, die ebenfalls viele Gigatonnen CO2 in ihrer Biomasse speicherten. Die anfängliche CO2-Konzentration im Devon lag bei etwa 1500 bis 2000 ppm. Das ist übrigens gar nicht so einfach auszurechnen, aber mag sein, dass es bei 2000 gewesen ist. Das nehmen wir Spaß, das halbe einfach mal an. Und reduzierte sich bis zum Beginn des Carbons um ungefähr 50 Prozent, also um etwa 1000 ppm. Zum Vergleich, wir haben heute etwa 400 ppm CO2-Konzentration. Hier ist ein bisschen mehr, aber passt soweit erstmal. Also nur noch mal, damit wir wissen, über welche Periode wir hier reden. Das ist das Devon, ganz links steht es. Und das wird unterteilt in das Ober-Devon, das Mittel-Devon, das Unter-Devon. Das Unter-Devon ist am ältesten, 419,2 Millionen Jahre vor heute, bis eben 393,3 Millionen Jahre vor heute. Und dann geht das immer so weiter, bis wir dann oben im Ober-Devon ankommen, im Farmenium. Ich spreche sowas selten aus, deswegen muss ich da auch einen Moment innehalten. Und da sind wir dann bei 358,9 Millionen Jahre vor heute. Das ist also insgesamt so ein Zeitraum von grob gerundet etwa 60 Millionen Jahre. Damit wir besser rechnen können, gehen wir einfach von 60 Millionen Jahren aus. Da waren übrigens diese lustigen Fischsaurier im Wasser unterwegs. Und das Rheinische Schiefergebirge hat seinen Schiefer bekommen, mehr oder weniger. War zum Beispiel zu dieser Zeit, um mal zwei Sachen rauszufischen, die im Devon so passiert sind. Das Rheinische Schiefergebirge, das ist alles rechts von Köln. Ganz einfach formuliert. Ja, nee, lassen wir das und nur so als Späßle. Gut, jetzt. Also, wir wissen, es waren 60 Millionen Jahre und in denen hat sich die CO2-Konzentration also um 1000 ppm abgesenkt. Okay. So, das haben wir jetzt schon mal geklärt. Jetzt müssen wir uns nochmal überlegen, was der Bert genau von mir eigentlich wissen möchte. Weil eine Frage steht hier ja nicht. Ich sehe hier kein einziges Fragezeichen. Aber ich soll halt mal dieses Zitat da erklären. Und, naja, da gibt es nicht viel zu erklären. Da hat sich halt im Verlauf von 60 Millionen Jahren die CO2-Konzentration halbiert. Das ist passiert. Und dem ist eigentlich nicht so viel hinzuzufügen, wenn man das jetzt nicht irgendwie missbrauchen möchte, diese Erkenntnis, um zum Beispiel in den Raum zu stellen, dass eine hohe CO2-Konzentration scheinbar gar nicht schlimm ist. So, und tatsächlich, und das ist ein großes Kommunikationsproblem, ist eine hohe CO2-Konzentration wirklich gar nicht schlimm. Aber wir hatten also in der Erde immer mal wieder Phasen, wo wir enorm hohe CO2-Konzentrationen hatten. Und wir hatten trotzdem jede Menge Leben. Sah ein bisschen anders aus als heute, aber es war da. Und dieses Leben, kann man annehmen, würde sich vermutlich irgendwann auch wieder entwickeln, wenn wir heute eine höhere CO2-Konzentration hätten. Nur, ist jetzt der wesentliche Knackpunkt, wo ist denn das Leben, das bei 2000 ppm CO2-Konzentration im Devon lebte, hergekommen? Naja, aus der Phase davor. Und wie lange hat das Leben jetzt gebraucht, um sich an 2000 ppm CO2-Konzentration anzupassen? Spoiler, lange. Und jetzt können wir uns fragen, ist es dann schlimm gewesen, dass die CO2-Konzentration in 60 Millionen Jahren um 50%, sprich 1000 ppm, zurückgegangen ist? Ist da viel ausgestorben deswegen? Hat das große Katastrophen, große Klimakatastrophen mit sich gebracht? Nö, vermutlich nicht. Also, soweit wir das heutzutage rekonstruieren können, ist niemand daran gestorben, dass die CO2-Konzentration sich verändert hat. Und es gab auch keine krassen Klimakatastrophen, kein krasses Extremwetter, was dadurch verursacht worden ist. Und warum gab es das alles nicht? Naja, weil das halt eben sehr langsam passiert ist, dieser Klimawandel von eben diesen 1000 ppm. Damit her und her geht übrigens auch eine Temperaturabnahme. Bei 2000 ppm sollte die Jahresdurchschnittstemperatur so irgendwo bei 26 Grad liegen. Wohlgemerkt, die Durchschnittstemperatur heißt im Winter ein bisschen kälter, im Sommer nochmal erheblich heißer. Das ist also so ein bisschen, wer gerne ins Dampfbad geht, Dampfbad-Temperatur im Sommer standardmäßig. Und im Winter, naja, angenehme T-Shirt-Temperaturen wahrscheinlich. Irgendwie sowas um den Dreh. Ja, und nochmal, das ist alles nicht schlimm, solange eben das Leben genügend Zeit hat, um mit der Klimaveränderung, mit der langsamen, natürlichen Klimaveränderung, die es immer gab und immer geben wird, aber ich betone, langsame, natürliche Klimaveränderung, mitzugehen. Das Leben passt sich an, solange eben das, woran es sich anpassen möchte, nicht viel zu schnell vonstatten geht. So, und das ist jetzt eben der Kommunikationsfehler. Entscheidend ist nicht irgendein ppm-Wert, sondern die Geschwindigkeit der Änderung dieses ppm-Wertes. Und die Geschwindigkeit der Änderung war damals eben sehr, 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 sehr gering. So, und das rechnen wir jetzt mal aus. So, also, wir haben 2000 ppm gehabt am Anfang und das ist innerhalb von 60 Millionen Jahre um 1000 ppm runtergegangen. Also, das entspricht einer Änderungsrate, in diesem Fall eine Abnahme von 100 ppm in 6 Millionen Jahren, beziehungsweise 10 ppm in 600.000 Jahren oder 1 ppm alle 60.000 Jahre. So, jetzt ist 60.000 Jahre schon mal eine relativ lange Zeit, würdet ihr mir vielleicht recht geben. Und eben in 60.000 Jahren 1 ppm, das erscheint vielleicht nicht besonders. Das bedeutet dann umgerechnet auf die globale Durchschnittstemperatur, dass die in 60.000 Jahren vielleicht um 0,1 Grad höchstens, ach was, weniger, viel weniger, abnimmt. So 0,05 von mir aus Grad abnimmt. Das ist also schon etwas, das man vielleicht messen kann. Ja, also man würde einen Unterschied bemerken gegebenenfalls, nur entritt dieser Unterschied halt eben so langsam ein, dass sich während dieser 60.000 Jahre keiner mehr daran erinnert, wie es vor 60.000 Jahren gewesen ist. Also hätte es damals Menschen gegeben, hätte kein Mensch gemerkt, dass sich da im Klima irgendwas ändert, weil eben die Änderungsgeschwindigkeit super, super, super furchtbar langsam ist. Vielleicht hat es damals der Dodo mitbekommen, nein, den Dodo gab es da auch noch nicht, irgendein Fischsaurier hat es vielleicht mitbekommen, aber ja, der wird auch vermutlich nicht 60.000 Jahre alt. Wissen wir nicht genau, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass die 60.000 Jahre alt geworden sind. Also eine sehr, sehr, sehr moderate Änderungsrate, fast schon konstantes Klima über verdammt lange Zeit. So und jetzt gucken wir uns mal die Veränderung der CO2-Konzentration, damit einhergehend auch die Änderung der Erdtemperatur. In diesem Fall ist es eine Zunahme, im Devon war es eine Abnahme, aber entscheidend ist vor allen Dingen einfach immer, wie gesagt, die Geschwindigkeit der Änderung. So und inzwischen können wir übrigens die Werte messen, wir müssen sie nicht mehr schätzen. Das, was wir im Devon annehmen, ist alles nur eine Schätzung, war vielleicht auch anders, aber ja, das Zitat ist ja vom Bert, da kann ich ja nichts dafür. Und ja, Tatsache ist jedenfalls, dass wir jetzt seit 1960, beziehungsweise genau genommen seit 1958 auf dem Mauna Loa in Hawaii die CO2-Konzentration messen. Das machen wir bis heute und dabei ist diese lustige Kurve hier rumgekommen, also die Hauptkurve, die monatliche Variation, die könnt ihr euch angucken, könnt ihr aber auch ignorieren. Das ist jetzt für meinen Beitrag hier gerade nicht so wichtig und da ist bei rumgekommen, dass wir in circa 60 Jahren, also wenn wir jetzt mal von 58 bis 2018 ausgehen, ziemlich genauen Anstieg von 100 ppm an CO2-Konzentration hatten. So, jetzt weiß ich nicht, ob 60 Jahre für euch nach viel klingt, aber 60.000 Jahre klingt vielleicht nach mehr und das rechnen wir jetzt nochmal aus. So, also, wir haben also 100 ppm in 60 Jahren, das entspricht 1.000 ppm in 600 Jahren. 1.000 ppm ist deswegen wichtig, weil es im Devon ja eben diese gesamten Erdzeitalter Devon 1.000 ppm eben waren, aber eben nicht in 600 Jahren, sondern in 60 Millionen Jahren, wie wir hier schön lesen können. Heißt, wir haben heute eine Änderung von 1,66 ppm CO2-Konzentration pro Jahr. Im Devon hatten wir eine Änderung von 0,00016 ppm pro Jahr, bedeutet, die CO2-Konzentration ändert sich heute und da habe ich leider einen falschen Punkt gesetzt. Ihr könnt es trotzdem, glaube ich, lesen, 100.000 Mal schneller als im Devon. So, und jetzt lebt zwar nichts mehr, also jedenfalls nicht persönlich, was im Devon schon lebte. Wir haben noch so ein ganz paar Sachen übrig, die so ein bisschen erinnern an das Zeug, was im Devon schon lebte. Aber auch die hätten wahrscheinlich eine Schwierigkeit, ihre evolutionären Anpassungsprozesse, um das 100.000-fache zu beschleunigen. Und jetzt ist es in der Natur leider so, dass, wenn wir Darwin glauben wollen, sich an Arten eben anpassen müssen. Survival of the fittest, also die, die am besten reinpassen, fitten in Englisch, survivalen, so wie der Survival-Bert, weil der heißt ja so. Und das bedeutet wiederum, dass wir vielleicht hoffen können, dass ein paar Arten in der Lage sind, die Geschwindigkeit ihrer Evolution oder ihrer Anpassung für ihr Survival um den Faktor 100.000 zu erhöhen. Die Chance, dass es Arten gibt, die das können, ist aber gar nicht mal so hoch. Und das bedeutet, wenn sie sich nicht anpassen können, frei nach Darwin, dann haben sie nur die andere Alternative, nämlich nicht-survivalen. Und nicht-survivalen ist Sterben. Ja, und das wird voraussichtlich mit so ziemlich allem, was heute lebt, passieren, wenn das in der Geschwindigkeit weitergeht. Die momentane Geschwindigkeit der Erderwärmung bzw. der Änderung des Klimas, wie gesagt, es wäre auch egal, wenn es kälter werden würde, führt in jedem Fall dazu, dass da kein einziges Lebewesen, das heute lebt oder damals lebte oder je existiert hat, auf dem Planeten sowas mal erlebt hat oder wir ihm zutrauen dürfen, an diese Geschwindigkeit der Änderung angepasst zu sein. Außer vielleicht eventuell Jeff Bezos in seinem super tollen Milliardärsbunker, in dem er so ziemlich fast jede Klimaveränderung wahrscheinlich überleben kann. Wenn ihr nicht Jeff Bezos seid, solltet ihr also durchaus gegebenenfalls vielleicht ein bisschen Angst haben und tatsächlich der Wissenschaft glauben, wenn die von der Klimakatastrophe spricht, nämlich nichts anderes ist es. So, und das wäre an der Stelle dann, glaube ich, geklärt. Wen das jetzt nicht irgendwie beeindruckt, Faktor 100.000 schneller als im Devon, da kann ich auch nicht mehr helfen. Tschüss.